So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir wollen mal wieder ein bisschen GBL kämpfen und ich habe bis jetzt noch nichts gemacht in der GBL. Ich möchte jetzt das allererste Mal wieder Superliga spielen, nachdem ich in der Meisterliga ja ganz gut vorankam. War letzte Saison auch hier Rang 21, Ace, mit 2232 Punkten. Leider bin ich gerade an einem Video exportieren im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das die Aufnahme stört und der PC dann Probleme hat und rumruckelt. Oder ob das trotzdem einigermaßen flüssig verläuft. Also hier sieht es auf jeden Fall komisch aus alles. Ja, egal, wird schon gehen. Auf jeden Fall war ich Rang 21, jetzt bin ich wieder Rang 1. Ich habe noch nichts gemacht, wie ihr seht, 0, 0, 0. Und ich habe mir ein neues Team rausgesucht. Dafür habe ich mal wieder die pokefans.net-Seite genutzt. Bin fast bis runtergescrollt. Hier weiter ging es nicht. Hier seht ihr übrigens zwei Toggekiss. Das Gewinner-Pokémon vom Raidmania-Sieger im August, was uns jetzt in September begleitet. Grüße gehen raus an den Lennart. Und ich habe mir jetzt mal hier dieses Team. Dieses Team ist uns bekannt durch Hausstark93. Dieses Team habe ich mir jetzt mal gebastelt. Azumarill habe ich schon gehabt. Riggi-Stil habe ich schon gehabt. Ihr seht hier Blubber, Eisstrahl, Hydro-Pumpe, Zielschuss, Lichtkanone, Fokusstoß. Ich musste mir jetzt ein Toxikwack nehmen. Ich habe nur genau eins gehabt, was unter 1.5 hat. Und habe dem jetzt Konda, Schlammbombe, Matschbombe gegeben. Das habe ich jetzt vorne reingestellt und damit möchte ich jetzt kämpfen. Wie gesagt, ist hier die Seite von pokefans.net. Da stellen die immer hier so Tierlisten bereit, Teamsammlungen, Pokémon für wichtige Rollen. Und das für jede einzelne Liga, finde ich eigentlich ganz interessant. Trotzdem habt ihr so viel Auswahl an verschiedenen Teams, dass ich wieder nicht wüsste, was wäre das beste Team für mich, mit dem ich zurechtkomme. Habe jetzt auf jeden Fall das Team hier mir erstellt. Ihr seht das. 1468, 1497, 1497, mit der Zumarilla habe ich sonst, glaube ich, auch viel gemacht in der Superliga. Registier, ja, aber der braucht immer so lange für alles. Ich spiele das erste Mal jetzt mit Toxikwack. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was ich mache. Ich wüsste nicht mal, welche Attacken von Toxikwack gegen die anderen wieder effektiv sind, was gegen was. Hab dein Nachsehen. Ich bin kein Profi. Das ist nicht Schilling Plus. Das ist Ramses Minus. Wir starten jetzt mal hier den ersten Kampf ganz normal in der Superliga. Superliga-Remix, weiß ich gar nicht. Kann ich mit meinem Team? Ah, Zumarill darf nicht mit rein. Dann können wir auch keinen Superliga-Remix machen und machen die normale Superliga. So, wundert euch nicht. Hier hinter den... Hier hinter den Togekiss ist nämlich lauter Müll. Deswegen habe ich die dahin, dass ihr das nicht seht. So, wir kommen jetzt an. Toxikwack, Toxikwack fängt an. Er hat hier irgendwas Elektro. Ich bin Boden oder irgendwie so. Das heißt, er dürfte eigentlich gar nicht... Er ist effektiv gegen mich. Also nicht effektiv, aber er macht mega Schaden. Habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Dann mache ich jetzt Boden gegen Elektro. Gut, dann ist es halt andersrum. Ich bin nicht effektiv gegen ihn, aber er gegen mich. Er schildert hier auch rum. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Wenn ich Wasser nehme, ist auch kacke. Ich könnte höchstens... Registil nehmen, aber... Der wechselt jetzt hier schon. Also... Da hat man sich gerade an die Meisterliga gewöhnt und dann kommt sowas. Wie gesagt. Ich kann damit gerade leider nicht wirklich was anfangen. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das ein komisches Reitsche wieder reinholt, würde ich auf jeden Fall dann trotzdem mal aufs... Aufs Registil wechseln. Dann er holt es auch wieder rein. Ich bin auch tot. Wir nehmen natürlich nicht das Azuril, weil es sonst gegrillt wird. Gucken mal, was er hier macht und was S hat überhaupt für Attacken. Irgendwas Elektrisches. Kann der auch Kampfmoves? Kann der sonst was? Stromstoß? Zieht trotzdem die Hälfte ab. Verteidigungssing. Der macht noch einig Schilde mal. Nicht, dass ich direkt weg bin, weil mit dem Azumarill werde ich... ...gegen ihn überhaupt gar nichts ausrichten. So. Zielschuss. Wow. Ich glaube, ich muss das nächste Schild auch noch loswerden. Oh. Ich muss schilden, sonst bin ich weg. Zielschuss macht halt so gut wie gar keinen Schaden. Rät angeblich schnell auf, aber... Naja, ihr seht ja. Ich muss jetzt leider diesen hier tun. Obwohl der, glaube ich, noch ein Schild hat. Aber ich weiß nicht, ob ich es mit dem restlichen Ziel... Nee, er ist weg. Nee, er ist weg. Ich weiß nicht, ob ich es mit dem restlichen Zielschuss sonst geschafft hätte. Er hat jetzt hier Feuer. Ich habe noch Wasser übrig. Das ist eigentlich für mich ganz vernünftig. Vielleicht hätte ich trotzdem wechseln sollen. Nee, er muss seinen Move eigentlich an dem verbrauchen. Er macht aber keinen Move. Er lädt seine Attacken. Mann ist ja schlau. Wenn ich jetzt reinkomme mit Azumarill, dann kommt er auch und ballert mich einfach weg. Das heißt, spätestens jetzt nach dem müsste ich schnell wechseln. Aber brauche ich nicht, weil ich eh tot bin. Psychoschock. Toll. Azumarill, komm, du bist Wasser. Du wirst den doch jetzt hier mit Wasserattacken schnell in die Schranken weisen. Psychoschock. Ansonsten müsste der Feuer haben. Feuer gegen Wasser. Nee. Geh mal weg. Er macht wieder Psychoschock. Aber das stecke ich gut weg. Geht man jetzt auf Eisstrahl, weil der schon voll ist, oder wartet man bis Wasser voll ist? Jetzt habe ich wieder in die falsche Richtung gedrückt. Siehst du, ich kenne nicht mal die Namen der Moves. Ich bin jetzt wirklich aus dem Nichts hergekommen und... Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, auf Hydro-Pumpe zu gehen. Dann wäre der schon weg. Aber den dürfte ich doch noch überleben, oder? Komm, den überlebe ich und dann mit den Quick-Moves mache ich den Rest. Das dürfte eigentlich jetzt keine Gefahr sein. Jetzt würde ich natürlich trotzdem Eisstrahl machen, wenn er da ist und ich die Möglichkeit hätte. Erster Kampf also, für mich entschieden. Und es hat sich so... Es war einfach so chaotisch, so verworren, so unsicher. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir gehen direkt wieder rein. Keine Zeit vergeuden. Wir müssen uns da rantasten. Eigentlich habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn GBL ist, ich spiele nicht. Außer es ist die Meisterliga. Damit ich da... Damit ich mal eine gute Statistik habe. Jetzt versau ich mir sicherlich wieder alles. Sichlor. Was ist Sichlor denn? Was bin ich? Ich habe Kampf. Er ist Käfer. Winsch dabei. Boden. Noch was? Ich habe keine Ahnung. Sichlor. Was macht Sichlor? Was mache ich? Kreuzschere. Das ist nix. Wollen wir mal Gift ausprobieren? Matschbombe? Gift auf einen Käfer? Oder wäre der Boden gut gewesen? Boden. Oh. Der ist weg. Ha. Toxiquack. Der Beste. Ähm, ja. So. Kampf. Legios. Kampf. Gegeneinander. Machen wir trotzdem jetzt einfach Boden. Das dürfte jetzt eigentlich wurscht sein. Er schildet auch. Da sind wir jetzt einfach drin. Wenn er schildet, schildere ich auch mal. Da werde ich trotzdem meinen zweiten Move an dem auch sicherlich noch loskriegen. Durchbruch. Wäre gar nicht so hart gewesen. Schaffen wir es nochmal hier, eine Schlammbombe zu machen. Denn wenn er den nicht schildet, macht es trotzdem ein bisschen Schaden. Wenn er eine schildet, dann ist das Schild wenigstens weg. Und das ist doch eine gute Sache. Er schildet. Das Schild ist weg. Er lädt sicherlich jetzt hier ein bisschen auf. Ne, lädt er nicht. Lass mal weggehen hier. Mach mal Durchbruch. Lass mich sterben. Ich komme mit meinem Azumarill rein. Ich hoffe, dass er dich jetzt umwirft. Ein bisschen... Ne, komm, lass durch. Der macht die ganze Zeit Durchbruch. Meint er das eigentlich ernst? Oder ist das eher so ein Spaßbattle von seiner Seite aus? Ich habe auf jeden Fall noch ein Schild. Wir haben hier noch einen Tauros. Wir machen Eisstrahl auf. Das Tauros... Ich glaube, ich habe noch nie gegen einen Tauros gekämpft. So, das knallt gut rein. Jetzt können wir in Ruhe den Rest machen. Wenn er angreifen will, können wir ihn noch abschilden. Könnt nochmal Eisstrahl machen. Dann müsste er auch weg sein. Das wäre dann der zweite Sieg. Horner-Tacke. Ja, komm. Wir machen einfach Eisstrahl. Ihr seht, Hydro-Pumpe brauchen wir gar nicht. Bis das fertig ist, ist eh alles vorbei. Also, ich möchte bitte mein Geld zurück für die Attacke, ja. Ich möchte bitte ohne diese Attacke antreten. Zwei Kämpfe, zwei Siege in der Superliga. Aber egal, wir müssen ja eh alles spielen irgendwann mal. Ihr seht ja, das sind ja noch Medaillen, die gepusht werden müssen bis Pladin. Also, da muss noch was getan werden. Getut. Da muss noch was getan werden. Beim letzten Mal habe ich ja am Wochenende eine Folge rausgehauen. Ich glaube am Sonntag. Dass man dann schön Sonntag, wenn man Zeit hat, sich das angucken kann. Dafür habe ich die auch extra länger gemacht. Dafür, dass ich nur einmal in der Woche dazu komme. Ich glaube, für Sonntag sowas zu machen, ist vielleicht ganz chillig für die meisten. Jetzt haben wir hier nicht effektiv gegen nicht effektiv. Das klingt schon mal gut. Wenn wir zuerst angreifen können, dann greifen wir auch zuerst an, um zu gucken, was es für Schaden macht oder was auch nicht. Wüsste eh nicht, was ich sonst nehmen soll. Der hat mich durchgelassen. Ich lasse ihn auch mal durch. Der könnte Stein hagel oder sowas. Der könnte aber auch. Er macht Stein hagel. Okay. Sie sind natürlich weiter vorne. Jetzt kommen wir mal mit Matschbombe. Wir müssen sie ausprobieren. Ob das mehr abzieht als das andere, falls ich irgendwann wieder auf einen Dioxys treffe. Und es ist weg. Gut, er hat jetzt nicht mehr so viel Energie gehabt. Vielleicht wäre er bei... Vielleicht wäre das sonst auch weg. Ähm, jetzt... Ah, aber ihm blicke ich wieder nicht durch. Azumarill... Was kann der? Der ist eigentlich nur Wasser. Wir sind eigentlich auch Wasser. Zwei Wasser-Pokémon gegeneinander. Ich weiß nicht, was der für eine komische Attacke da hat. Lassen Sie das mal durch. Meteorologe. Ist das auch Typ Wasser? Ist das was anderes? Was macht der? Das macht auf jeden Fall so gut wie gar keinen Schaden. Aber wir können ja mal mit dem Eisstrahl sein Wasser-Pokémon einfrieren. Ich hasse das so sehr, weil das grün ist. Ich denke immer, das ist Pflanze. So. Das hat auf jeden Fall gescheppert. Ich gehe mal davon aus, dass er bei mir jetzt nicht wirklich großartig Schaden machen kann. Außer er hat noch andere Attacken auf Lager. Das heißt, ich brauche nicht Schilden. Ich kann das immer so durchlassen. Wieder Meteorologe, was im Prinzip nichts macht. Und nochmal. Okay. Also ich nehme das jetzt gerade am, was ist heute Donnerstag? Am Donnerstag nehme ich das gerade auf, weil Wochenende ist ein bisschen stressig. Ich versuche aber, dass am Wochenende jetzt vielleicht immer mal so eine GBL-Folge kommt. Gerade für die Leute, die Bock haben. Ich meine, wir machen Wochenende-Stream vier Stunden lang. Andere würden da gar nichts mehr machen. Aber da kann ich ja trotzdem eine GBL-Folge raushauen zusätzlich zum Stream. Und noch was anderes. Ihr kennt das ja eigentlich, kommt immer ein normales Video, ein Pokémon-Video und eben ein Stream. So, jetzt müsste ich vielleicht doch aber mal Schilden, weil ich es nämlich sonst gleich nicht mehr überlebe. Und dann habe ich noch das Registil übrig. Was jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist. Weil Registil an sich, weiß ich nicht. Das dauert halt so lange, bis der was machen kann. Und dann eine andere, das sehr effektiv ist mit irgendwelchen Kampf-Moves. Liege sie gleich in der Ecke. Er hat noch ein Schild. Ich habe noch ein Schild. Ich lasse meinen jetzt trotzdem mal durch. Weil ich den Rest mit dem Registil machen möchte. Außer ich überlebe es. Ja, ich überlebe es. Aber er hat noch nicht aufgeladen. Tentanel. Ja, keine Ahnung. Tentanel. Was Tentanel jetzt das ist. Pflanze und auch Stahl gleichzeitig. Wir sind beide wieder nicht effektiv. Beide haben aber noch ein Schild. Ich lasse sein erstmal durch. Tentanel habe ich auch keine Ahnung. Spiegelsalve macht nichts. Angriff sinkt aber. Und er ist schon wieder dran. Er senkt meinen Angriff jetzt so weit, dass ich gar keinen Schaden mehr mache. Ich meine, ich habe hier wenigstens Fokusstoß. Obwohl macht Fokusstoß, senkt er nicht zusätzlich meinen Angriff nochmal? Oder senkt er es beim Gegner was? Ich habe, ich spiele so selten hier das ganze Zeug. Wir sind erstmal sehr effektiv. Und es macht nichts weiter. Er hat auch nicht geschildert. Das ist sehr gut. Weil ich habe ja meinen Schild noch. Er auch. Mit dem anderen ist er gleich tot. Also ich weiß nicht, was er jetzt großartig noch machen will. Aber das nächste Problem ist, wir machen halt so gut wie gar keinen Schaden eben mit Zielschuss. Wir sind also darauf angewiesen, dass unsere Moves irgendwann voll werden. Aber dann hat er ja immer noch ein Schild. Also das könnte dann auch sein, dass irgendwann die Zeit ausläuft. Wenn das so weitergeht. Jetzt ist er mit ihm hier dran. Wir machen so Abwechslung hier auch mal Stahl. Schild ist noch da. Schildet er ab. Lässt das durch. Er hat zwischendurch gewechselt. Zeit ist abgelaufen. Ich habe mehr Energie. Hey, und er freut er sich. Da wird der Arm gehoben. So muss das aussehen. 546. Gut. Das heißt, wir haben zumindest die Pokémon-Belohnung. Gehen direkt weiter. Nächstes Match. Am letzten Mal habe ich drei Sets gespielt. Also 15 Kämpfe. Wir sind jetzt immer noch im ersten Set und brauchen schon jetzt so mega lange. Aber egal. Gucken wir mal. So, wir haben hier Kampf. Sehr effektiv. Gegen Eis. Okay. Jetzt ist hier Boden voll und Gift. Gift wäre vielleicht. Gift gegen Kampf. Theoretisch kannst du alles vergiften. Wir greifen immer so. Er macht hier diesen. Ich glaube, ich würde schilden. Damit ich eben den mit den Quick Moves noch umniete und mit den nächsten Moves gleich wieder zum nächsten Kampf starte. Weil der müsste ja jetzt umfallen. Jetzt habe ich auch die Auswahl, was ich nehme. Je nachdem, was er da hat. Kangama. Wir machen mal Gift gegen Kangama. Kangama ist ja auch ein Lebewesen. Hariaba ist ja ein halber Typ. Das ist ein halbes Tier. Wir müssten immer noch sehr effektiv sein, weil wir haben ja Konda als Quick Move. Wir probieren mal Boden stattdessen aus. Weil das ist ja hier Typ normal. Jetzt hat es auf jeden Fall keine Schilde mehr. Wir können immer noch so draufhauen. Er ist gleich weg. Ich glaube, ich würde das letzte Schild auch noch einsetzen. Weiter mit dem Quick Move. Niederprügeln. Steigerungshieb. Steigerungshieb. Jetzt erst. Okay. Und jetzt. Was ist er fertig? Das hat nicht mehr gereicht. Schade. Dann nehmen wir mal. Wieder Traktorrennen. Ausdauce und der Sumerrill. Eis, Wasser. Wasser mit Eis. Also. Ein komisches Hin und Her. Was hätte es mir jetzt gebracht? Registrier reinzubringen. Ich weiß es nicht. Der braucht halt immer, bis der mal angreift. Wenn wir noch nichts haben, hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar die Hydro-Pumpe genommen. Aber ich habe schon vorher auf den Eisstrahl gedrückt. Was eigentlich total Quatsch ist. Geil. Gucken mal. Eis. Wow. Richtig krass. Naja. Macht ihr mal weiter. Zur Not läuft wieder die Zeit aus. Jetzt würde ich aber trotzdem auf Hydro-Pumpe gehen, wenn das irgendwann mal fertig ist. Jetzt wäre es fertig. Jetzt darf er aber wieder eher als ich. Er kann nicht schilden. Er kann nicht schilden. Überleben wir es? Vielleicht? Ja. Gerade so. Das heißt, unser Move kommt noch durch. Also das. Ihr seht schon. Das hat jetzt alles nicht Hand und Fuß. Das ist einfach immer auf gut Glück. Gut Glück ausprobieren und sonst was. Das wird letztens, Alter, geschrieben. Man lernt bei den Videos zwar nichts dazu. Aber irgendwie ist es unterhaltend. Ja, dann bin ich mal gespannt. Oh, wenn es zu lange geht. Obwohl 20 Minuten für einen Fünfer-Set. Dann habt ihr ja trotzdem. Letztens ging es auch eine Stunde. Vielleicht schaffen wir es in der 1 Stunde 3 Sets zu spielen. Und dann machen wir es halt wieder so. In der Zeit gucken wir mal, wie lang wir. Also wie weit wir uns steigern. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit nicht getraut zu zocken. Weil ich die ersten Matches wirklich hier drin machen wollte. Im Video mit euch zusammen. Wir haben wieder den Vorteil. Das heißt, kann sein, dass er gleich was auswechselt. Oder auch nicht. Er bleibt drin. Mit seiner grünen Gummiente. Schlammbombe abgewehrt. Okay. Wir knallen weiter drauf. Weil ich den so gut finde. Möchte ich mit dem jetzt auch weitermachen. Denn ich glaube, wir können nochmal einen aufladen. Ohne ihn einzusetzen. Aber ihn mit den Quick Moves auch weghauen. Um die Charge Moves mit zum nächsten zu nehmen. Der hat ja hier viel Schaden. Okay. Das war vielleicht jetzt nicht so gut. Surfer, Surfer, Surfer. Jetzt habe ich gar keine Schilde mehr. So. Kommt drauf an jetzt, was er hat. Im Endeffekt habe ich jetzt 10. Ich gehe einfach jetzt auf Matchbombe. Egal, was er reinholt. Er holt Pixie rein. Pixie? Matchbombe. Ähm. Oh. Der hätte gesessen. Aber er hat es abgewehrt. Und jetzt habe ich... Keine Ahnung was. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir jetzt Azumarill mit Eis. Ich kann nichts mehr machen. Komm, wir haben hier einen Eisstrahl drauf. Noch auf ihn. Irgendwie kommt es mir so vor, wenn ich die Wahl habe zwischen Azumarill und Registil. Ich würde niemals freiwillig auf Registil gehen, weil ich denke, dass ich damit einfach nichts machen kann oder nichts reißen kann. Und deswegen lasse ich den lieber in der Versenkung verschwinden. Warum habe ich den denn überhaupt im Team? Ich könnte Registil noch ersetzen durch was anderes. Es hat Registil mir bisher einmal was gebracht. Ich glaube nein. Klaut nein. So, mach schnell den Move, bevor ich umfalle. Das bringt sonst nichts. Er hätte mich eher umgerußt, als ich ihn. Also schnell noch den Eisstrahl raus. Das müsste für ihn auch reichen. Und jetzt kommt Registil. Es kommt darauf an, was er hat. Er hat auch Azumarill. Und jetzt ist es komplett Mist. Ja, Fokusstoß oder Lichtkanone. Ich habe keine Ahnung. Er ist Wasser. Eisstrahl. Nicht effektiv. Komm, wir machen mal einen auf Fokusstoß. So, Fokusstoß. Bäm. Alle wissen, was abgeht. Ich nicht. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich Lichtkanone nehmen und schauen, was passiert, weil das einfach eher geladen ist. Jetzt sind sogar beide gleichzeitig da. Er holt ein bisschen auf, so wie es aussieht. Knudler. Okay. Ja, gucken wir mal an. Machen wir mal Lichtkanone. Vielleicht können wir ja trotzdem aufholen. Ich bin jetzt gelb. Du wirst hoffentlich jetzt auch gelb. Oh. Lichtkanone. Eindeutig Lichtkanone. Das heißt, beim nächsten Mal Azumarill immer mit Lichtkanone angreifen. Lädt schneller auf. Ist schneller einsetzbar. Macht irgendwie mehr Schaden. Jetzt könnt ihr in den Kommentaren wieder erklären, warum. Während ich einfach sage, okay, Lichtkanone schreibe ich mir hin. Immer Lichtkanone. Egal, was ich habe. Wenn ich jetzt... Registil hat es gerissen. Eben habe ich nicht noch so schlecht geredet. Jetzt ist es das beste Pokémon im Team. Ohne ihn hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ich wüsste sonst nicht, was ich gegen Azumarill einsetzen soll. Also immer Registil gegen Azumarill. Weißt du Bescheid. Jetzt holen wir hier das ganze Zeug ab. Das Pokémon möchte ich mir am Ende angucken. Obwohl wir eigentlich schon wissen, was es ist. Es müsste ein Glurak sein. Glurak ist, glaube ich, garantiert auf Rang 1 Pokémon Belohnung mit 16,33. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Hey, Unternehmen. Und nee, der Buddy regelt und wirft den Ball sonst wo hin. So, gut. Komm mal raus. Ich glaube, um es ein bisschen zu verkürzen, nehme ich mal hier Silberne. Der kann zwar nicht fliehen, ihr habt unendlich Zeit, aber ich habe so viele Silberne. Und wieder der Buddy regelt. Ihr müsst es gar nicht treffen. Ihr werft einfach irgendwo hin und der Buddy macht den Rest. 1, 2 und er kommt wieder raus. Ja, gut. So, wir nehmen die nächste. Werfen mal so ganz gemütlich. Ohne den Buddy. Sonst kriegt er noch Kopfschmerzen, wenn er immer zu den Ball auf den Kopf kriegt. Jetzt ist es ein 100er. Nein, ist es nicht. Es ist 23 Bonbons ein. Boah. Was macht man damit? Nix. Ich kann es ja mal verschicken. Es gibt ein Glumanda-Bonbon dafür. Holen noch die Belohnung ab am Ende. Steigen auf Rang 2. Wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn ich drei Kämpfe gewinne und die anderen verliere. Dann wäre ich auch so weit. Aber die Statistik und den Staub, den es gibt. Und wir machen gleich weiter. Wir sind nämlich jetzt bei 23 Minuten. Wir werden das auch hinkriegen, hier noch ein Set zu machen. Dann sind wir bei, was weiß ich, 45. Jetzt müsste es schneller gehen, weil ich ja jetzt das Team am Anfang nicht die ganze Zeit vorlese und von der Seite rede. Also gucken wir einfach mal, was passiert. Toxikwack. Schlaraffel. Schlaraffel ist normal. Wir sind Kampf. Was heißt, wir haben es ganz gut. Da kommt Pixi. Pixi habe ich vorhin schon nicht durchgeblickt. Ich glaube, bei Pixi habe ich gewechselt auf Azumarill, oder? Also wechsle ich jetzt lieber auch. Weil der nämlich bei mir ganz viel Schaden macht. Kommen wir jetzt hier rein und machen diesen. Sogar Eisstrahl noch, bevor er was macht. So, der schildet bestimmt. Aber ansonsten, wir machen mit dem Quick-Move eigentlich gut Schaden. Also Azumarill immer gegen Pixi. Schreib es dir auf, Ramses. Oder merkst dir. Oder mach irgendwas anderes. Ich würde mal schilden, weil das ist wichtig. Ich meine, mit dem anderen bin ich ja schon im Vorteil. Wenn ich das jetzt hier verliere, das wäre nicht so schön. Deswegen schilden wir mal. Wenn wir mit dem das hier besiegen. Oder denen halt wenigstens die Schilder rausloggen. Eisstrahl noch mal hinterher. Er hat ja jetzt keine Schilder mehr. Ich auch nicht. Er wechselt noch mal. Wieder auf Schlaraffel. Jetzt wollte ich warten, weil ich dachte, ich bin tot und ich bin gar nicht tot. Und probieren wir es jetzt nochmal und gehen wieder hier drauf. So, dass wir jetzt wieder den Vorteil haben. Obwohl wir den Vorteil jetzt nicht haben, aber er hat seinen Move voll. Also, das war eine ganz komische Situation. Kann ich euch auch gar nicht erklären, was da jetzt gerade los war. Ja, toll. Jetzt setzt er mich auch noch so unter Druck. Ich dachte, ich habe voll die Chancen gegen das hässliche Eichhörnchen. Und jetzt macht er sowas. Und noch eine Attacke. Ja, komm, dann lass mich raus. Lass mich raus. Dann versuche ich mit Zielschuss jetzt ein paar Moves zu machen, dass du weg gehst. Dann kommst du mit deinem Pixie wahrscheinlich rein. Das hat auch noch Restenergie. Ich habe noch ein Schild. Ich halte ein bisschen was aus. Ich stehe ganz alleine wieder mal. Die Registil-Armee ist am Start. So. Jetzt haben wir auch hier... Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir hier Lichtkanone. Was sehr effektiv ist. Hä? Habe ich auch nicht gewusst. Sehr effektiv auf jeden Fall. Gute Sache. Jetzt müssen wir, glaube ich, auf Kampf gehen. Oder? Nach Tara. Unlicht. Kampf. Sehr effektiv. Ich habe noch ein Schild. Ich weiß nicht, was er macht. Aber ich setze das Schild einfach mal ein. Obwohl, jetzt wo ich noch viel Energie habe, werde ich es besser überlebt, als dann, wenn ich weniger Energie habe. Psychokinese. Blau. Das wäre neutral. So wie es ausschaut. Oder wenig. Gegnerische Attacke nochmal. Und Fokusstoß ist auch gleich wieder voll. Jetzt weiß ich auch den Unterschied. Fokusstoß und Kampfkoloss. Ich habe mich nämlich gewundert. Wieso ist Fokusstoß eine Attacke? Wieso können die anderen den immer gezweiteilt machen? Aber die haben ja immer Kampf... Äh, Kraftkoloss. Kampfkoloss. Ich habe es auch nicht geschafft, den auf einfach Fabel aufzumachen. Großartiges Feierabend. Mehr geht nicht. So, hier. Rock die Gitter. Und dann schnell weiter. Du hast gewonnen. Drei Stück, das reicht. Wir können doch einfach bis drei machen und dann schnell zwei verlieren. Dann steigen wir schneller im Rang, oder? Nein, Ramses. Du musst üben, Ramses. Du sollst nicht im Rang steigen und dann nicht mehr weiterkommen. Du sollst Erfahrung sammeln und um auf höheren Rängen auch zu bestehen. Aber auf höheren Rängen muss ich ja nicht bestehen. Da bin ich ja dann wieder die Meisterliga. Dadurch, dass ich ja zwei Millionen Euro im Monat rein cash, damit ich jedes Legendäre auf 100 habe. Durch Raids. Mit ganz viel anderem Schabernack dabei. Ist das jetzt hier wieder... Boden wäre doch ganz gut, oder? Wollen wir den mal durchgehen lassen? Ich traue mich jetzt mal was. Nachthieb, zack, nicht effektiv. Aber wenn wir jetzt hier mit... Der ist Stahl. Boden müsste da auf jeden Fall passen. So geht es mir nämlich immer. Wenn ich die Alke habe und die anderen machen Erdbeben. Ne, da wäre ich trotzdem ab. So, ein Lunge. Jetzt wechselt er. Wulnona. Mit Eis. Aber bitte mit Eis. So, hauen wir jetzt das mal drauf. Wehren auch wieder ab. Kampf wäre auf jeden Fall jetzt cool gewesen. So, Eis, 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 Eis und Fee. Eis und Fee und... Ach, komm. Azumarill kommt rein. Der ist stabil. Der hält was aus. Meteorologe. Wollen wir mal auf Hydro-Pumpe gehen? Wir haben doch zwei Schilder. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel er hat. Er hat, glaube ich... Er hat gar keins mehr, oder? Er hat beide eingesetzt. Einmal bei... Wir gehen auf Hydro-Pumpe. So. Meiner Meinung nach hat er eins eingesetzt mit seinem... ...Sherox und eins auch hier mit ihm. Hydro-Pumpe haut ihn weg. Er ist wieder am Start. Jetzt würde ich Schilden... ...die Moves aufladen... ...und beim Letzten einfach alles draufknallen, was ich hab. Also, wer auch immer der Letzte dann ist. Schaffe ich das noch? Er kommt schon wieder hier an. Ich schild einfach nochmal. Vielleicht sollte ich doch mindestens einen Move verbrauchen. Weil er seinen Nachtheb so oft macht. Obwohl... Nachtheb müsste ich eigentlich auch... Nein! Nachtheb müsste ich überlegen. Äh, überleben. So, jetzt habe ich den Überblick verloren. Wie war das jetzt? Der ist jetzt was? Nur Wasser. Ich wollte doch eigentlich mit Wasser angreifen. Ja, komm mal her, hier. Schaffe ich es noch zur Hydro-Pumpe? Nein, schaffe ich es nicht. Hätte ich doch Eis gemacht. Der hat den anderen auch aufgeladen. Wieso ist das jetzt abgekackt? Meteorologe? Ist noch was übrig? Hydro-Pumpe? Pump mal hinterher. Und ich habe noch mein Registil. Zack! Was willst du tun? Aber mich nervt ein bisschen. Der führt irgendwas im Schilde, oder? So. Aber egal was er hat. Das dürfte gar nicht effektiv sein. Ich glaube nicht, dass der Frosch Kampf moves kann. Meteorologe. Jetzt kannst du noch mal Meteorologe machen. Ich hau jetzt einfach gemütlich drauf. Super, Ingo. Nicht bleifrei. Ramses Minus. Super, Ingo. Nicht bleifrei. Weil wir die Superliga spielen. Er geht mir doch schon ein bisschen auf den Sack. Ja, muss man schon so sagen. So. Hau den doch jetzt mal weg. Ah! Ich brauche den Move für den letzten. Wenn ich das jetzt nicht überlebe, dann war alles für die Katz. Wenn ich es überlebe... Nein, ich überlebe es nicht. Hätte ich das überlebt, hätte ich ihn noch einmal gehauen. Er wäre umgefallen. Und ich hätte den nächsten Move, den Charge-Move, direkt auf sein eingewechseltes. Aber ist ja nicht so. Also egal. Machen wir es lieber anders. Und schon ist die Siegeserie dahin. Wir haben jetzt geschafft, sechs Stück. So ein... Da siehst du, Registil, der kann ja gar nichts. Mann, 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 wer hier mit Registil kämpft. Es hängt nicht nur auf dem Bildschirm und auf dem, sondern auch direkt bei mir hier, wo ich da sitze. Also, es liegt generell gerade an der Handy-Performance, wenn man das so nennen möchte. Da haben wir Feuer, hier haben wir Boden. Machen wir mal irgendwie so. Gucken wir mal hin. Und er schildet ab. Ansonsten knall mal gut rein. Aber weil er schildet, würde ich auch schilden. Aber ich muss gar nicht schilden. Er ist tot. Der nächste kommt rein. Jetzt hat er... Na gut, jetzt ist... Jetzt hat er elektronischer Boden. Packt er hier die ganzen Evoli-Entwicklungen rein. Durchweggehend. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und würde ich jetzt aber wahrscheinlich Riggi-Steel reinnehmen, weil der ja... das Azumarill sonst anbrät. Vielleicht sollte ich Riggi-Steel sowieso als Switch-In nehmen. Ne, aber eigentlich auch nicht. Der hat starke Moves, aber... Das mit dem Schild ist halt immer ein bisschen... Den musst du wirklich holen, wenn der Gegner gar keine Schilde mehr hat. Als... Als Close-Up. Okay, jetzt ist der auch weg. Ich habe noch beide Schilder. Was holt er jetzt noch? Ein Aquaner müsste eigentlich noch fehlen. Und er hat was? Piondragi. Ich weiß nicht, wie das gerade zusammenpasst, aber okay, er macht das halt einfach. Dafür gönnen wir uns jetzt den Fokus-Stoß. Ich weiß nicht, wieso das so ewig dauert. Normalerweise, wenn es so ewig gedauert hat, war das dann ein Punkt, wo der Gegner die Verbindung verloren hat und gar nicht mehr da war, aber... Er hat ja trotzdem Schaden gemacht oder greift er nicht mehr an. Ich glaube, der Gegner ist raus. Ja. GBL at his finest. Guck, da musst du nicht mal mehr Moves machen. Da drückst du einfach nur noch, bis er mit Zielschuss den Gegner niederbringt. Fertig. So gewinnt der Ramses seine Matches. Dadurch, dass der Gegner rausgekickt wurde. War dritter Kampf. Zwei kommen noch in diesem Set. Wir sind bei 34 Minuten. Bin ich guter Dinge. Wir können noch ein Fünfer hinten dranhängen. Ich weiß, viele sagen sich dann so, oh mein Gott, das Video geht eine Stunde. Das werde ich mir niemals angucken. Aber diejenigen, die Bock haben auf GBL und dann ein 5 Minuten Video sehen, die sagen, ach man, jetzt wieder 10 Jahre warten, bis das nächste Video kommt. Also die, die es gucken, die gucken es egal, wie lang es geht. Und die, die es... die, die es nicht gucken, denen kann egal sein, wie lang es ist. Denn die, die es gucken, gucken es sowieso und freuen sich dann eher darüber, wenn es länger geht und nicht gleich wieder vorbei ist, weil es so selten ist. Ich bin aber gerade ein bisschen... Eis, Wasser, Knuddler, Nitro-Pumpe, Eisstrahl, zack, der klatscht rein. Ja, da hat er wohl was richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Während er jetzt eigentlich weiß, was ich habe und deswegen trotzdem schildet. Dann machen wir es ganz vernünftig und holen jetzt einfach auch unser Azumarill rein und sagen, guck mal, ich habe auch sowas. Er wechselt auf Registil. Wollen wir auch auf Registil wechseln? Ich weiß nicht, was er jetzt bringt, aber wir stilen uns gegenseitig hin und her. Er darf zuerst. Was kann er denn haben? Wenn der natürlich jetzt mit... Ach, ich habe das Schild weggemacht. Aber gut, es war nur Lichtkanone. Hätte der jetzt mit Fokusstoß angegriffen, wäre ich am Arsch gewesen. Mach mal auch Lichtkanone, obwohl er bestimmt jetzt weiß, ah, wenn er es jetzt einsetzt, dann kann es noch kein Fokusstoß sein und lässt den bestimmt durch. Er lässt ihn nicht durch. Ich habe noch zwei Schilder. Er hat keine mehr. Das heißt, wenn ich jetzt mit Fokusstoß komme, ich glaube, er macht wieder Lichtkanone, oder? Ich muss auf jeden Fall nur zum Fokusstoß kommen und dann müsste er eigentlich komplett umfallen, weil der haut übelst reigen und das ist auf jeden Fall hier ein Kampf. Move. Kokosstoß sorgt für den Entscheid. Neuer Titel. Aber wir wollten ja das mit Super Ingo, ne? Aber die Super Liga haben wir noch anders. Lichtkanone. Also eigentlich weiß ich Eis gegen fliegendes Gedöns. Okay. Haben wir aber gerade nicht hier. Ich würde auf jeden Fall auch nicht schilden, weil ich das Schild für das andere Azumarill bitte noch mitnehmen möchte, was er ja wahrscheinlich auch immer noch hat. Himmelsfeger. Jetzt kommen wir hier rein mit dem. Haben direkt einmal Eisstrahl am Start. Damit müssten wir den runterholen und haben dann noch ein Schild übrig für sein letztes. Was auch weniger hat als wir. Ich schilde auch direkt, um auf Nummer sicher zu gehen und den Rest von ihm noch runter zu zerren. Wir haben jetzt hier Eisstrahl fertig. Hydro-Pumpe wäre sicherlich wieder besser. Aber ich muss den jetzt unter Druck setzen. So, da ist ein bisschen was weg. Ich glaube nicht, wenn ihr einen Knuddler macht oder eine Hydro-Pumpe, dass ich gleich komplett fort bin. Ich denke mal, das ist jetzt safe. Ja. Und jetzt könnte ich auch, sobald Eisstrahl voll ist, nochmal auf Eisstrahl gehen. Dann würde das wahrscheinlich sogar so passen. Jetzt ist eins runtergefallen. Zack, da ist er weg. Das müsste jetzt, was war das, der vierte? Einer noch. 38. Ich habe gesagt, 45 wird das zweite um sein. Ein verloren, drei gewonnen, glaube ich. Das heißt, die Pokémon-Belohnung ist wieder da. Vielleicht schaffen wir den vierten auch noch, den vierten Sieg. So, gehen wieder rein. Das Team ist an sich, ja, gefällt mir eigentlich immer besser. Je länger ich damit spiele, desto besser gefällt es mir. Aber ist ja klar, weil man dann ein bisschen lernt, damit umzugehen. Bisschen, zumindest so. Pika, Brajak, 4,2. Da freut er sich mit seinem Fleckmon-Shirt. So, Toxic, Krak und Bibor. Jetzt kommst du natürlich mit Boden-Moves gegen ein fliegendes Individuum. Ach, Ramses, ich habe doch keine Ahnung. So, guck mal, wie das reinhaut. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Die Erhard AG, wir lassen es auch mal durch. Wenn er meins durchlässt, lasse ich seins durch. Gleiches Recht für alle. Und Schlagbohrer. Sehr effektiv. Ja, den Switch-In, den, also wir müssen, also, oh, 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 oh. Wir lassen noch mal den Schlagbohrer durch, der definitiv jetzt kommt. Ich wollte sagen, mit Registil kann ich jetzt trotzdem nicht wirklich was ausrichten. Stache-Finale, Angriff steigt. Mach den mal so weg, bitte. Ich lasse auch noch mal durch. Ich fresse jetzt so viel Schaden, dass mir die zwei Schilde nachher gar nichts mehr nutzen, ja. So, jetzt lassen wir den noch mal so. Jetzt machen wir beim nächsten gleich Eis. Ne, wir machen, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was kommt. Ich drücke jetzt die ganze Zeit einfach auf Hydro-Pumpe. Egal, was kommt. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was reingekommen ist. Und es ist ein Barrikadax. Ja, da kann ich jetzt aber meinen Eisknüppel, ach, meinen Stahlknüppel trotzdem nicht reinholen. Der macht nämlich Kleinholz aus dem. Jetzt habe ich zum Glück ja noch meine blöden Moves übrig, damit ich dem ein bisschen entgegentreten kann. Da würde ich auch schnell immer auf Eisstrahl gehen, um wenigstens schnell das Schild rauszulocken oder halt Schaden zu machen. Für mich sieht es gerade mega schlecht aus. Er hat sein Schild eingesetzt. Einmal zum Eisstrahl komme ich vielleicht noch. Bruder, lass bloß meinen Registil in Ruhe. Kannst du Nachttieb machen, so oft du willst. Ne, mach es lieber nicht. Mach kein Nachttieb mehr. Lass mich kurz noch mal das Eis brechen. Für uns beide, mein Freund. Ungefähr so. Und jetzt? Ach, ist das jetzt herrlich, oder? Der lädt sowieso jetzt auf. Jetzt hätte ich fast noch mal einen Eisstrahl hingekriegt, aber er kommt mit Nachttieb. Er hat jetzt bestimmt keine Kampfattacken, oder? Das tut er mir nicht an. Bei dem blicke ich eh nicht durch. Ich denke immer, das ist trotzdem das heftige Kämpfer-Pokémon. Und er kommt natürlich jetzt trotzdem mit Kreuzhieb. So, und er wechselt natürlich. Und er ist Toxiquack zurück. Und guck mal, das hat ja auch Kampfmoves. Oh, das habe ich total vergessen. Und er hat jetzt natürlich mega Schaden gemacht durch seinen Kondor die ganze Zeit. Stahl. Das war nicht mal beabsichtigt. Ich habe den nur gemacht, weil der fertig war, nicht weil ich dachte, dass der so viel abzieht, aber eine Schlammbombe sehr effektiv. Wir haben noch ganz wenig Energie, aber das hat nicht gereicht. Also, das war nix. 53, ach, 43 Minuten. Zweites Set und komm, wir hängen noch eins hinten dran. Auch wenn ich froh bin, wenn es um ist. Ich muss nämlich mal aufs Klo. Ich möchte mich aber jetzt nicht hier alleine lassen. Ein Glutexo. Also beim nächsten Mal gibt es dann ein Glumander, weil sich zurückentwickelt alles. Ramses hat einfach keine Bälle. Aber wer GBL spielt und wer Raids macht, der braucht auch keine Bälle. Merkt euch das. So, da wird gerüttelt und geschüttelt. Da wird das Glutexo eingetütelt und dann wird es wahrscheinlich eh wieder verschickt. Ich finde Glutexo ist immer noch eines der coolsten Pokémon. Guckt euch das Design an. Ja, ich lasse das mal drin. Vielleicht kann ich es ja mal wegtauschen. Das wäre mit dem Glurak natürlich auch gegangen, aber irgendwie finde ich Glutexo gerade mega cool. Deswegen traue ich mich gar nicht, den wegzuschicken. Rang 3. Ich glaube, wenn wir nochmal drei gewinnen, jetzt im nächsten sind wir vielleicht schon Rang 4. Wir gehen einfach drauf. Wir labern nicht. Wir gucken nochmal im letzten Set, das dritte Set. nochmal fünf Matches. Ich muss mich aber jetzt nochmal anders hinsetzen. Mein Fuß tut nämlich weh, weil ich die ganze Zeit da drauf sitze. So, hier, so Vorsicht gehalten. Ellenbogen tun auch weh. Alles tut weh. Je länger das dauert, desto schlimmer wird es. Stahl. Wieso? Ich dachte, ich bin hier Kampf gegen Stahl und bin gut dabei. Jetzt treffe ich noch nicht mal mehr hier die... Jetzt mache ich wieder einen Boden-Move gegen einen. Kann ich jetzt schon aufhören vielleicht? Irgendwie habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Mit was wäre es denn sinnvoller gewesen? Eigentlich mit nix, oder? Selbst wenn ich Azumaril genommen hätte. Gegen Flug. Aber Stahl ist doch dann wieder resistent. Also, da bin ich komplett raus, wenn dann plötzlich was auftaucht, was die ganze Zeit nicht da war und alles, was man sich versucht hat zu merken, über den Haufen wirft. Ja, ja, komm. Tu, was du nicht lassen kannst. Jetzt macht er natürlich den Himmelsfeger. Der wird doch jetzt gleich umfallen, oder nicht? Ja, so. Und jetzt wäre es schön zu wissen, was da kommt, obwohl ich das wahrscheinlich wieder nicht sehe, oder erst dann zu spät sehe. Azumaril. Das ist nix. Habe ich nicht vorhin außerdem gesagt, gegen Azumaril muss ich immer mein, äh, mein Registil nehmen, oder waren das zwei andere? Aber die haben ja jetzt hier noch, die haben jetzt hier noch, äh, so kann man sich auch ausdrücken. Die haben ja beide hier, die haben ja noch Schilde alle, wie verrückt. Also das bringt mir nix. Ich würde das jetzt hier auch durchlassen. Würde mir das mal angucken, ob das passt. Wenn er jetzt hier reinkommt, ah ne, genau das wollte ich ja vermeiden, genau. Ja, er hat ja noch beide Schilde, ich habe ja nur noch eins. Ah. Das heißt, ich kann sozusagen jetzt keinen Schaden machen, weil Zielschuss halt keinen Schaden macht, und sobald ich mal Schaden machen könnte, hat er natürlich sein Schild, was er gar nicht einsetzt. Jetzt blicke ich gar nicht durch. Er lässt alles auf eine Karte. Hat er jetzt immer noch seinen Panzer Aeron drin? Oder war das tot? Das ist ein zweites Pokémon. Ich kenne sein drittes Pokémon, also gar nicht. Das kommt gleich. Und wenn es kommt, dann kommt es wahrscheinlich richtig. Und es ist ein Nachthara. Da wäre Kampf jetzt sicherlich wieder gut, aber er hat ja noch Schilde, und ich glaube nicht, dass er das einfach durch hätte gehen lassen. Also versuchen wir schnell aufzuladen, wir müssen immer das zuerst machen. Ich wehre schon mal meins ab, er wehrt seins ab, und dann ist er wieder dran, und dann bin ich wahrscheinlich schon weg, und dann war es das alles, aber anders wüsste ich gerade nicht. Also eigentlich ist es schon verloren. Jetzt habe ich geschildert, jetzt schildert er, dann kann ich nicht mehr schilden, und dann würde er mir wahrscheinlich ordentlich eins, jetzt hat er das durchgehen lassen. Da hat er bestimmt wieder mitgezählt. Mitgezählt und gemerkt, das kann kein Fokusstoß sein. Ein Schmarotzer hat gar nicht so viel abgezogen. Jetzt brauche ich natürlich nicht mehr auf Kampf gehen. Ja, wird auch nichts, weil er ist vorher dran, weil jetzt hätte er ja spätestens geschildert. Hätte ich davor Fokusstoß gemacht, hätte er bestimmt geschildert, weil er bestimmt mitgezählt hat und sich das merkt, und dann genau weiß, das sind so, er hat nur so viel, bla, das sind die Profis, die findet ihr nämlich auch schon hier unten, das heißt, erster Kampf verloren, oder es war nur gut Glück, so wie ich, dass ich manchmal schilde, manchmal nicht, manchmal geht's durch, manchmal nicht, vielleicht war er selber überrascht, egal, vier noch, vier Matches, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zwei gewinnt, dann reicht das sicherlich nicht für den Rang, ich kenne die Anforderungen gerade nicht, er hat gewechselt, jetzt direkt, und ich bin schon tot, ja, hier hängt's wieder, das verstehe ich auch nicht, es kommt rein, ich habe das Pokémon nicht mal gesehen, und er hat schon gewechselt auf das nächste, also, ich kann ja nicht mal wechseln, weil ich bin ja dann auch schon tot, was greift er denn an überhaupt, das war Psycho, Psycho hat mich jetzt einfach so rausgerissen, komplett, jetzt wüsste ich auf jeden Fall, dass er Angst hatte, mit seinem Elevoltech, obwohl, was habe ich denn gegen Elevoltech großartig in der Hand gehabt, ich hatte doch gar nichts, oder? Elevoltech, Elektro, und ich, Boden, 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 ich merke mir das immer nicht, entweder ist Elektro gegen Boden gut, oder Boden gegen Elektro gut, ich glaube, Elektro kann Boden nichts anhaben, aber Boden Elektro, und deswegen ist das jetzt, habe ich nicht geschildert, gut, dann ist der wieder tot, den ersten brauche ich nicht reinholen, weil er den sowieso umrußt, also kommen wir mit dem hier an, und versuchen, Lichtkanone zu droppen, er hat ja jetzt nichts mehr drauf, der ist weg, ich habe noch zwei Schilde, ich habe noch ein halbtodes Toxiquack hier rumliegen, Scherox, da will ich auf den Fokusstoß gehen, den lasse ich mal durch, der müsste mit Fokusstoß eigentlich auch gut reinhauen, Nachthieb, ah, kannst du machen, immer noch zwei Schilde, die ich vielleicht jetzt demnächst mal nützen sollte, bevor der hier weg ist, weil den brauche ich jetzt hier unbedingt, und der sieht gut aus, der ist weg, er hat noch ein übrig und das letzte ist jetzt ein iller Voltec, was auch nicht so viel Schaden machen kann, gefühlt, hallo Pupsi, ich jetzt komischerweise auf Lichtkanone gehe, warum auch immer, jetzt bin ich übel, muss mich ausprobieren, nicht sehr effektiv, haut aber trotzdem ordentlich rein, also wenn ich nochmal Lichtkanone schaffe, müsste das dann passen, weil das Tablett daneben liegt und es runter gewühlt hat, er dachte halt, das wäre eine gute Idee, wenn der Apfel auf dem Boden liegt, damit da vielleicht noch ein Apfelbaum entsteht, in der Luft passiert nichts, oh, tot, tot, lebt, gewonnen, so muss er sein, tot, tot, lebt, gewonnen, ich muss mir noch den Kokusschlag aufschreiben, warum will ich den als Videotitel nehmen, der Kokus, ne, der Kokusstoss statt Fokus Stoss, so, drückst die Nei, ich suche einen Google Schreiberle und dann schreibe ich mir das nämlich hier irgendwo hin, jetzt ist alles weiß, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, da brauche ich doch gar nicht wechseln, wenn ich sowas schon sehe, vielleicht sollte ich auch mal ein Hypno nehmen vorne rein, weil alle wissen, dass man mit Toxic-Quack spielt, ich dachte, eh Hypno ist auf Platz 1 von irgendwelchem Scheiß, so, machen wir es halt wieder wie eben, du haust meinen ersten weg, obwohl den ersten habe ich ja eben noch gebraucht, sonst hätte ich am Ende gar nicht gewonnen, wenn ich den ersten gar nicht mehr gehabt hätte, vielleicht hätte ich doch wechseln sollen, naja, egal, den ersten haben wir geopfert, beziehungsweise haben wir uns nicht weiter drum geschert, dass der so fertig gemacht wird, gucken jetzt mal hier an, was unser Eisbruder in Peddo hat, zack, Schild, weiter geht's, jetzt könnte man ja doch mal schilden, weil wenn er schildet, schilden wir auch, im Endeffekt bleibt wieder alles am Registil übrig hängen, hängen, oder übrig, nicht beides, es bleibt an ihm hängen, oder es bleibt, ja, egal, Eis, da fällt das Eis aus den Wolken, einfach fabelhaft, mach mal durch, genau, er hat noch, ich hab noch, und er hat einen nach Tara, ähm, wäre jetzt natürlich wieder gut, mit Fokus Stoß auf das nach Tara zu gehen, weil das war nix, aber wenn ich wechsel, der hat ja eh noch einen anderen am Start, so, jetzt bin ich tot, das ist sehr gut, ich glaub, die Runde geht auch an ihn, schnell, wir müssen angreifen, geh ich jetzt trotzdem auf Fokus Stoß, in der Hoffnung, dass er denkt, dass ich erst mal das Schild rauslocken will, meines, ja, die macht Popcorn, schon wieder, ja, nein, so, probieren's mal, Fokus Stoß, wenn er's durchlässt, dann ist das gut und wenn nicht, war der Unterschied eh nicht so groß, aber ich glaub nicht, dass wir's nochmal schaffen, bis dahin zu kommen, er schildet nicht und ist weg und hat jetzt noch, aber Labras, brauchen wir auch wieder einen Fokus Stoß, diesmal werden wir aber nicht dahin kommen, oder? Jetzt müssen wir schilden, dann können wir Fokus Stoß machen, dann schildet er und dann bin ich tot, so ungefähr, und selbst wenn er den durchlässt, glaub ich nicht, dass er ihn umhaut, dass es ihn umhaut und dann hätte er vielleicht noch ein bisschen übrig gehabt und das letzte bisschen hätte ich nicht geschafft, mit meinem Zielschuss niederzumachen, zwei verloren, eingewonnen, zwei muss ich noch machen, 55 Minuten, gut gekämpft, ja ja, das ist, er kann ja auch einfach sagen, schlecht verloren, aber gut gekämpft klingt halt besser, das wird nicht für Rang 4 reichen, aber ich kann ja dann, wenn die Kameras aus sind, heimlich auf Rang 5 mich spielen, dann habe ich wenigstens schon mal so eine kleine Hürde, 25, 20 ist wieder das Ziel, beziehungsweise 19 ist glaube ich das Ziel, mir geht es wieder um die Top-Lade-TM, es hängt wieder überall gleichzeitig, jetzt haben wir hier eine Pflanze, während wir da eine Pflanze haben, die uns mächtig auf den Kopf gibt, es hat auch so gut angefangen, die haben alle was gehabt, wo ich mit Conda schön gegenhalten konnte und in letzter Zeit alles, was ich reinnehme, ist aggressiv und macht mich fertig, warum? So, jetzt setz wenigstens noch einmal hier deinen Boden-Move ein, dann kannst du meinetwegen gehen, so, der hat jetzt auch keine Schilde mehr, das ist okay, das heißt, wenn er, wenn er keine Schilde mehr hat, dann kann ich ja jetzt eigentlich schon meinen Registil einsetzen, obwohl macht Gift was bei Stahl, macht Laubklinge was bei Stahl, macht überhaupt irgendjemand was bei Stahl, hat sich es überhaupt gelohnt jetzt? zu wechseln, wenn er nicht mehr so viel Energie hat, dann hat er nur noch so ein ganz kleines Fötzelchen übrig, ich glaube, ich wechsle auch mal und hole mir den Kollegen hier rein, ich muss kurz das wegschilden, in der Hoffnung, dass der umfällt und ich dann meine Charge-Moves mit zum nächsten nehmen kann, das müsste ja noch fast passen, es kommt nur darauf an, wer jetzt da ist, Ah, Boldarus, da wäre natürlich jetzt Hydro-Pumpe trotzdem sinnvoll gewesen, egal, wir haben jetzt hier den Eisstrahl, einmal drauf, dann nochmal Moves machen, so, der greift ja trotzdem mit Wasser an, vielleicht schaffen wir es nochmal zur Hydro-Pumpe, wir können ja noch einmal abwehren, das Registil müsste jetzt auch mit einem Charge-Move auf der Wechselbank sitzen, hier kommt jetzt die Hydro-Pumpe ins Spiel, das sehen wir in Ruhe dann wenigstens schon mal den Gegner, der danach kommt, dass wir genau wissen, welchen Move wir einsetzen müssen, ob Stahl oder Kampf, das hätte fast gereicht, bitte hau den um, ich muss den anderen schon sehen, sie sind beide weg, jetzt weiß ich doch nicht, was er reinholt, Ah, nein, Gott hat Maro beingenommen, wieso bin ich weniger Wuchtschlag, ne, Stahl ist auch gut, guck, ja, aber der macht jetzt bam bam und dann bin ich weg, 3 zu 1, einer steht noch aus, 58 Minuten, also, was, wo, toll, was mache ich dann die Stunde, das schaffst du in 10 Minuten darunter zu pürschen, Adi hat kein Essen mehr, ich glaube, bis wir wieder da sind, ist Adi 10 Kilo leichter, ja, bin ja gleich fertig, höre ich dich ja dann, so, Toxikack, Chilabelle, oh, diesmal ist es andersrum, guck mal, wie wir da draufhauen, der kann nix machen, obwohl es gerade schon, jetzt wollte ich sagen, es sieht schon wieder so aus, als, als wäre der Gegner rausgefallen, aber gut, er hat ja auch bei mir Schaden gemacht, also kann er ja gar nicht weg sein, aber irgendwas passt schon wieder nicht, sieht man ja, es dauert jetzt auch schon wieder 10 Jahre, hier, ich habe auch nur noch ganz wenig übrig, er kommt mit Raichu um die Ecke, der haut mir hier auf den Bobs, jetzt können wir das aber nachprüfen, ob wir mit Boden gegen Elektro gut sind oder Elektro gegen Boden, sieht alles neutral aus, ich habe also keine Ahnung und müsste jetzt trotzdem schon wieder mit Registrier kommen, ich kann doch nicht einfach das Azumarilla reinholen, wenn der ein Elektro-Po geboren hat, und der kann glaube ich aber Durchbruch, Donnerschlag, okay, und er darf gleich natürlich noch mal, mach ruhig, Donnerschlag, der haut aber rein, vielleicht sollte ich auch mal sowas nehmen, so, ich nehme jetzt das einfach nur wieder, weil es zuerst fertig ist und nicht, weil das taktisch ist, er wehrt natürlich ab, und jetzt müsste ich alles von ihm abwehren, aber ich glaube, ich bin gleich tot, nö, wir haben sogar, bevor wir tot sind, können wir sogar noch mal einen Move machen, so, die letzte Verzweiflungstat noch hinterher geschoben, nimm das, tot, hey, damit hat er nicht gerechnet, und ich habe sogar noch beide Schilde übrig, und wir können jetzt auf Stahl, Wasser, Eis, sonst was, ich schilde einfach direkt, ich habe jetzt Angst, was kann der großartig jetzt machen, wir machen die Hydro-Pumpe mal voll, wir schilden nochmal, wir machen die Hydro-Pumpe voll, sein komischer Stahlanteil, macht mich jetzt nicht gerade glücklicher, aber Hydro-Pumpe muss eben auch mal drankommen, sonst hätte man die gar nicht wählen müssen, das ist eine Hydro-Pumpe, zack, und er ist weg, oh mein Gott, guck dir das an, das war doch ein heftiger Move zum Abschluss, eine Stunde, zwei Minuten gleich, jetzt können wir nochmal die Endbelohnung abholen, diesmal leider keine Pokémon-Belohnung, ihr seht, Rang 3, boah, es wird mega schwer auf jeden Fall, wenn ihr keine Ahnung habt, dann, Endbelohnung abholen, gucken, wo wir hinrutschen, hier gibt es trotzdem 330 Staub, und hier gibt es ein Sinusteine, Gebäre, doch, wir sind trotzdem Rang 4, kann man ja nachlesen, vielleicht reicht es sogar einfach, fünf Matches zu spielen, um aufzusteigen, oder eins zu gewinnen, um aufzusteigen, so, dann sind wir jetzt eben auf Rang 4, 10 gemacht, äh, 15 gemacht, 10 gewonnen, das heißt, zwei Drittel, ist okay, damit würde ich euch jetzt erstmal entlassen, hier könnt ihr wieder mal euer Team reinschreiben, was ihr in der Superliga spielt, Tipps geben, worauf kann man achten, was war richtig mies, was war ganz gut, wo kann ich mich noch bessern, ich lebe von eurem Feedback, gerade, ich bin nicht Schilling Plus, ich bin Ramses Minus, und das war es von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, denkt dran, der Kokosstoß führt zum Erfolg.